jetzt springen wir zum projekt angaben ja wer hat's gemacht wer misst es wer ist der monteur der job id können wir vergeben oder definieren ich würde jetzt hier auch mal einfach nächstes fällt auftragnehmer id können wir natürlich definieren ob wir jetzt der auftragnehmer sind oder ob das ein generalunternehmer über uns ist und wir quasi nur der subunternehmer vielleicht sind dann hätten wir hier ein feld sind aber keine pflichtfelder damit speisen wir dementsprechend auch unser unseren header im report techniker id wenn vorhanden oder wenn nötig und anzeigemodus ja nummerierung und etikettierung hier eben halt da wir mit dieser kachelansicht in diesem cable slm projekt messen hätten wir es gerne als nummerierung aufgeführt im anzeigemodus wir fangen bei der phase 1 an das ist ganz wichtig also anders als und dem punkt streckenparameter wo eben halt auch nach der faser gefragt wird ist das hier für die kälber slm wichtig dieses feld und hier definieren halt phase 1 wir fangen heute mal bei der 1 an haben wir hier ein 12 feld durch zu messen also gebe ich auch als ende dementsprechend und anzahl der fasern als 12 an die wir heute hier mit dem projekt zu messen haben auf wunsch gerne auch mit kommentar und das ist dann nun damit gewesen gut nachdem wir nun alle parameter genau eingegeben haben von der erfassung bis zu das bis zu der datei können wir jetzt im bereich projekt angaben wenn wir die cable slm als software option installiert haben dann hier ein projekt erstellen und da sieht man auch schon wo dieses projekt gespeichert wird hier geben wir jetzt quasi dem kind einen namen also projekt namen welche wiederum als verzeichnis generiert wird und darunter landen dann unsere messungen und protokolle